Au! Greif mich dann später an! Wo ist die Seenmotte? Wo ist die Seenmotte? Wo ist sie hin? Wo ist sie hin? Ich find sie nicht. Schaff ich das noch? Schaff ich das noch? So und Commander Keen Wo ist er? Hier ist Commander Keen Ich möchte halt direkt Oberhalb sein Jajajaja ist ja gut Ist ja gut Er ist wirklich da runter gefallen Na gut Na gut ich versuch's mal Hier Natürlich ist er auch hier nicht da Tauflasch mit Ultra-Kapazität Aaaaaaah Cool Sowas ist gut Ist das ne PDA Besitzung des Signals Also hab ich wieder was wo ich hin kann? Looter? Alter! Hau ab! Hau ab Vieh! Hau ab! Oh! Oh! Hallo? Beißt sie einfach fest bei mir So! Mein Gott! Das ist das Signal, dass ich mal, dass ich mal stehen Ich glaub da war eh nix mehr So wir müssen eh wieder zurück Habe ich noch irgendwo was Neue Signale Signale Aurora Treffpunkt Ist der Treffpunkt auf der Insel? Bin ich jetzt bei der Insel wieder? Oder was ist da? Wollen wir da auch noch schnell hin? Wir haben eigentlich kein Wasser, kein Essen Ne Insel? Ja das ist ne Insel Wenn da ne Insel ist Sind da auch Bäume Und Bäume kann ich essen Da war Bluter gestanden Das Vieh ist Bluter Das hab ich einfach angezappt Das ist Mistvieh Das ist die zweite Insel richtig? Oder ist das wieder ne andere Insel? Gute das ist die zweite Insel Ich hab kein Messer Und dem Messer kann ich nix essen Fuck Ich muss echt nochmal zurück jetzt Jesus Welcome aboard Captain Ach ja Die Mistvieh hat sich voll festgebissen Ich müsste mal was trinken Kann ich? Es müsste echt so ne Taste geben Dass ich automatisch schwimmen kann Ich krieg nämlich Ich muss mein Wasser hier aufmachen Wärme Kraft wär geil ey Das gibt Zeug zu finden in dem Game Das macht so Spaß irgendwie Das macht so Spaß Ich hab ja Ich hab ja Ark auch gespielt Und Ark macht auch Spaß Wegen den Dinos halt Aber in Ark hat mir das Bauen halt irgendwie gar nicht gefallen Das sah alles so klobig aus Und so Ihhh Und bäh Ich weiß nicht wie es jetzt ist Ich hab schon lange nicht mehr gespielt Aber das war irgendwie Irgendwie so klobig Und Übrigens hier Cat1 Das ist hier Das ist hier Dieses Vieh Was ich meinte Oder was du meintest Oder was du meintest Sweet Guck Hallo Da ist auch so ein Leuchtbobbel da dran Was auch immer das ist Bestimmt ne Boomer Lupe Bumm Ja Ja Ähm Wir müssen da nochmal zurück Ich hab A mein Messer vergessen Ich hab B Äh Kein Wasser mehr Und keine Nahrung mehr Und Es tut mir leid Ich hab's einfach verparscht Mal wieder Hau rein zu Utex Hau rein zu Utex Hau rein zu Hau rein zu Hau rein zu Hau Hau Hopla Ja 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 Ist ja gut chill Immer mit der Ruhe Immer mit der Ruhe Starvation Imminence Soll sie mir nicht so haben In Starvation am Morgen So ich wollte das mitnehmen Ich muss natürlich auch die Batterien mitnehmen, das Messer, das Konstruktionswerkzeug. Muss ich natürlich definitiv mitnehmen und dafür rege ich das andere Zeug nochmal rein. Guck mal wieviel Titan ich hab! In die Erzttool kommt Erz rein. So und wo haben wir noch was? Ich pack einfach hier auch noch mal ein bisschen was rein. So jetzt aber, jetzt aber ab die Post zum Essen sammeln. Und Moment ich muss das anders sortieren. So jetzt aber schnell zum Essen sammeln. Wo bist du denn? Ja 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 Klubscher komm hier. Klubscher! Klubscher, noch mehr Klubscher? Hier sind noch mehr Klubscher. Keine Batterie mehr. Wirklich? So jetzt aber. Zwischenzeit sind natürlich die ganzen Klubscher weg. Vorrangend. Oh, Altstein. Ich brauche Essen, ja ich weiß, ich weiß. Hallo? Bleib halt mal da! Ah! Da war gerade ein Blasenfisch. Du? Sahne. Okay. Nehme ich mal einfach nochmal einer. Ich mach desinfiziertes Wasser, würde ich sagen. Desinfiziertes Wasser bei. Hat der Genesselsahne? Da kommt der her. Äh. Essen. Mal essen. Mal essen. Jetzt kochen. Dann gehen wir aber auch instant wieder rüber. Fabrikator. So. Ge kaka. Te kaka. Taka! Taka! Chaka! Taka! Kochte Klubscher! Ge kochte Klubscher! Was gibt es Schöner? Es gibt es noch eine noch eine lamt Schaub. Den ganzen Tag. Den ganzen Tag. useinander Klubscher! Wir machen. Und. Gott. Ja, ich muss aber noch mal mehr. Ich brauche noch mehr. Wo sind mehr Glubscher? Mehr Glubscher. Komm her, komm. Bleib halt da! Irgendwo habe ich gerade auch schon wieder so einen Blasenfisch gesehen. Hier unten ist wieder einer. Ich bin aber auch schnell weg von mir. Warum nur? Warum nur? Noch einer. Noch mal einen Blasenfisch. Genau, drei Blasenfische. Ein bisschen Essen dabei. Wunderbar, dann können wir uns wieder voll machen und dann ist gut. Dann ist erstmal gut. Wasser, Wasser, Wasser. Mehr Wasser. Mehr Wasser. Noch mehr Wasser. Checkt ihr den. Haha. Schlecht. Ich will das ja alles dekonstruieren und mitnehmen. Kann ich das nicht einfach abbauen? Den ganzen Shit hier. So, jetzt nochmal kurz essen. Schack, 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 schack. So, jetzt sind wir voll. Können die hier irgendwas abbauen noch? Doch, den Kommunikator könnte ich abbauen. Applikator auch. Schädigte Sekundärssysteme. Warum habe ich die nicht repariert? Warum habe ich die nie repariert? Warum habe ich die nie repariert? Warum habe ich die nie repariert? Und nur? Okay, jetzt habe ich wahrscheinlich volle Energie. Warum habe ich das nicht repariert? Den Kommunikator habe ich repariert, aber das nicht. Mann, ey. So, also wir haben alles dabei, was wir momentan brauchen. Wir gehen nochmal da hin zu Aurora Treffpunkt. Ich weiß, 7000 Meter, aber wir haben jetzt alles dabei. Wir haben alles dabei. Wo ist der Treffpunkt? Hallo? Hier. Und Vollgas. Vollgas. Au. Oh, fuck. So. Nur aber. Auf geht's zum Aurora Treffpunkt. Auf geht's. Ja, ich bin schon gespannt, was wir jetzt finden. Ich bin schon echt gespannt. Ich bin schon echt gespannt. Ich hätte das Spiel eigentlich eine Early Access spielen sollen. Also ich meine, das ist immer noch Early Access, aber ich hätte es eigentlich schon viel früher spielen sollen. Aber das ist echt cool. Das ist echt cool. Das macht echt Laune. Wahrscheinlich auch mehr Zuschauer gehabt, wenn es neu gewesen wäre. Mein Driftland war gestern auch cool, aber es ist irgendwie so... Also auch nicht. Late Game fehlt halt so total. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das Licht ausschalten? Was ist das? Seegleiter? Das ist Licht. Das ist Licht. Okay. Licht sparen, indem ich es ausmache. Habt ihr mir gesagt. Aurora Treffpunkt. Aurora Treffpunkt. Auf geht's. Vielleicht gehen wir da auch nochmal zu Commander Kien runter. Diesmal habe ich ein Messer dabei. Und Insel. Wusch. Moment. Insel. Wusch. Moment. Insel. Wusch. Mann. Was ist da los? Das ist voll der Spoiler davon. Ich sehe, was da hinten drin ist. Ja, Insel. Hallo, Insel. Ei. Ich habe ein Konstruktionserwerkzeug. Die Dinger oben auch dekonstruieren können, die Räume. Ich glaube schon, oder? Ich glaube schon. Oh, fuck. So. Wir landen hier. Dankeschön. Wir landen hier erstmal mit unserer Seemotte an Strand. Und dann gehen wir auch hier rauf. So. Wunderbar. Wie gut ist unser Messer noch? Das hat kein... Das hat nichts, was irgendwie kaputt gehen könnte. Ihr seid Steine. Ihr seid Steine. Da sind Bäume. Da ist nochmal mehr. Ich fahr doch hier schon. Ich hab schon gespoilert, oder? Weil ich da schon war. Ich kenne mich hier schon aus. Aber ich will jetzt ganz kurz... Ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Ich möchte ganz kurz da oben rauf. Ich will wissen... Ich will wissen, ob ich das dekonstruieren kann. Komm mir jetzt. Bring ich so an. Rauf mit dir. Rauf, rauf, rauf. Jump, jump. Dann geh ich zum Treffpunkt. Treffpunkt. Jump, jump. Jetzt noch den Tunnel durch. Oder die andere Seite. Die andere Höhle. Ist halt auch kein Laserpointer. Die haben gesagt, Laserschneider. Habt ihr denn was? Dekonstruieren? Ne, ich kann es nicht dekonstruieren, weil es... Ich kann es nicht dekonstruieren, weil es kaputt ist. Ist das richtig, oder? Laternenfrucht nehmen. Okay. Was bist du? Nochmal. Laternenbaum. Kann ich diese essen? Essbar. Laternenfrucht, essbar. Cool. Laternenfrucht. Und hier ist ein PDA, den ich gesehen habe. Ahaha. Hier ist ein PDA. Gut, dass ich hier nochmal raufgegangen bin. Gut, dass ich nochmal raufgegangen bin. Oh, raufgegangen bin. Ich bin wieder gesprungen. Gut, dann Aurora Treffpunkt hat es gestroben, wir gehen jetzt herunter. Was ich ziehe immer, ich bin aus, bis ich wohin laufen, aber es ist so interessant, alles. Obwohl es cool wäre, wenn hier auch noch ein bisschen Fauna wäre. Also so, ja, irgendwie meditiert über Wasser. Wo, wenn der Planet kontaminiert ist, was ich ja offiziell noch gar nicht weiß, ist, äh, aber, der hat mir gespoilert. Komm ich da? Darf ich das? Alles drauf. Hahaha. Oh, go. So. Hervorragend. Toll, da liegt nur ein PDA. Das muss ich verabschieden. Toll. Brauchaufzeichnung. Äh, bla 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 bla. Ja, ich will das alles eigentlich nicht lesen. Nicht wirklich. Ähm, weil... Vielleicht würde aber auch dran stehen, Mist. Vielleicht würde auch dran stehen, wo ich einen Laserschneider finde. Ähm, Batorgal, Fotogl, Fotogl, Tironie, Logisch-Daten, Umgebungscan, Schutzkleidung nicht empfohlen, Codes, Hochsicherheits... Hochsicherheitsterminal im Quartier des Käpt'ns. Wurde mir hat das Altera HQ-Baupläne in den Hauptkontillern der Aurora übertragen. Es gibt ein Hochsicherheitsterminal im Quartier des Käpt'ns, das sich hinter dem Krebsdorf befindet. Dort sollen die Baupläne für mich sein. Da gehört 26.000 Uhr. Oh, da geh mal hin! Was ist denn mit der Straßensein, müssen wir da dorthin zurück. Wir können nicht die Einzige sein, die es geschafft haben. Dass sie nicht die Anweisungen, die mir der Kapitän gegeben haben, und dass sie nicht die Anweisungen, die nicht hingehen. Es geht nicht mehr um Befehlsketten. Es geht nicht ums Überleben. Je mehr wir sind, das so wahrscheinlich erleben wir. Es geht ums Überleben, würde ich mal sagen. Meine Verpflichtung als Handlerkommandant dreht sich nicht in die Bequem, um deren Bequemlichkeiten. Kommen Sie zurück aus dem Wasser. Die Schwierigkeiten gerade sind nicht in meinen Koordinaten. Blablablabla, Notfallübertragen von Officer Kien, zwei Stunden übertragen. Das ist meine letzte Anweisung. Der Treffung war ein Fehler. Aber eine Übertragung von Alterra kann ich nicht verstehen. Betrachten Sie Chef-Tinger Yu und ich als Verluste. Kien Ende. Na toll. Na toll. Na toll. So viel dazu. So viel dazu. Ja, ich will aber trotzdem noch zu Commander Kien. Weil, ich glaube, da unten ist noch was. Bin mir ziemlich sicher. Danach gehen wir zu Aurora. Und, hier rein. Einmal noch hier zum Kien. Wo geht's da rein? Da war ja nochmal so eine Höhle, ne? Oh, hier runter. Genau. Und, stopp. Wack, 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 wack. Ich muss, ich muss über 200 Meter. Über 200 Meter. So, danke. Mal kurz reparieren. Wenn ich das wieder kaputt gehst, ohne weiteres. Weil ich irgendwo dagegen fahre. Und dann ab die Post. Und wenn noch hier nochmal ein Bluter kommt, dann werde ich den zerlegen. So ist es aus. Um nur höher. Hier zum Beispiel. Guck an. Guck an. Ich hab einfach ein PDA. Hier ist noch ein Bluter. Oh, Mistvieh. Verzieh dich. Oh, Mistvieh. Was ist das hier alles? Kann ich das kennen? Augenstängel. Okay, also das heißt, ich hab nochmal ein PDA gefunden, aber ich hab nicht geschaut, was. Oh, sind zwei. Okay. Okay, also nichts wirklich, was interessant wäre. Hab ich da komplett reingeschaut. Hab ich das alles geprüft? Ist hier irgendwas, was mir weiterhilft? Nein. Hier ist nichts. Nichts, 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 nichts. Okay, aber das war wichtig. Ich wollte da nochmal hin. Nur damit ich sicher bin, dass ich nichts vergessen habe. Und jetzt auf zu Aurora. Auftauchen. Und zwar... Au, danke. Auch halt nach oben, wenn du schwimmst. Wo ist die Aurora? Die müsste ja zu sehen sein. Müsste hinter dem Schiff sind. 1200 Meter ungefähr. Richtig? Ungefähr. 1300 vielleicht. Und? Ich bin weiter rechts. Ich hatte fast den. Ist am Anfang gerade Vögel? Oh, nee. Das sind die Flammen. Die Flammen. Hallo. Das ist viel zu langsam, um mir irgendwas zu tun. Außerdem. Ach, Schild. Schild, Schild, Schild. Ich habe doch auch... Oh, ich habe doch auch... Oh, ist es... Was ist denn das alles? Fahrzeugerweiterungen? Habe ich das jetzt alles bekommen? Gizium mal vier. Zehmodulativen... Oh, Plastalbahn. Oh, das habe ich jetzt alles gekriegt? Wolle für Fahrzeugerweiterungen. Batterieladestation. Das habe ich alles bekommen. Ist doch geil. Getitelt. Was war das noch? Aero-Gel. Dude. Krebsanzug. Krebsanzug. Sprungkraft. Krebsanzug. Seemotten. Torpedosystem. Seemotten. So nah. Mein Gott. Eko-Skelativ-Modul. Krebsanzug. Wärmereaktor. Oh. Seemotten. Seemotten. Ach du Scheiße. Ich kann das halt auch noch alles upgraden. Das ist doch echt nicht wahr. Okay. Aber genug. Genug des Hypes. Ja. Wir müssen zur Aurora. Genug des Hypes. Wir müssen zur Aurora. Und wir machen auch das Licht an. Wir werden hier ein bisschen weiter unten schwimmen. Was das denn cool ist? Was seid ihr? Esst ihr mich? Die Qualen, oder? Die Qualen. Bio-luminisierende Klinge. Leuchtglobus. Kann ich da irgendwas mit machen? Nein. Wenn die Globen aussehen. Die Platzen sind jetzt sporenfrei. Oh. Nicht da. Vielleicht. Naja. Lieber nicht. Bevor die Platzen. Bin aber auch Entschisser, oder? Auf zur Aurora, haben wir gesagt. Und ganz wichtig. Immer am Boden entlang schwimmen. Weil es könnte ja sein, dass hier irgendwo noch Ersatzteile liegen. Im Laserschneider zum Beispiel. Hier rüber. Genau. Ich denke, hier sind wir richtig. Richtig? Nein. Falsch. Okay. Also hier müssen wir lang. Hier müssen wir lang. Und zwar hier vor. Ich schau mal hier nämlich noch ganz kurz um. Ob ich hier vielleicht irgendwas vergessen habe. Nichts drin. Da ist der Tisch, den ich schon habe. Da ist Material. Da ist... Was ist das? Gerne Raumfragment. Cool. Es kann doch nicht sein, dass ich hier andauernd Zeugs vergessen habe. Keine Energie. Wie keine Energie. Wie keine Energie mehr. Hallo? Ich habe da noch eine Batterie. Hallo? Hier steht nicht dran, dass ich erdrücken muss. Jetzt haben wir... Panik, Panik. Was ist... Rott? Ich brauche keinen Schrott. Halschrott, Metallschrott. Das ist mir erst mal egal. Da ist der Tisch, den habe ich schon. Also alle... Und was ist hier drüben noch? Hier drüben noch. Nichts. Das Grummeln hier, ne? Da ist mir ein bisschen Sorgen. Wo geht es hier rein? Wo geht es hier rein? Du bist ein ziemlich großes Schiff. Du bist ein ziemlich... Da ist nochmal was. Scannerraum. Ah, ich habe Scannerraum jetzt. Ja. Aua. Ey. Zieh dich. Okay, Scannerraum haben wir auch. Haben wir auch. So, was ist hier sonst noch? Wir haben hier noch ein bisschen Stein. Nochmal ein bisschen Stein. Und was ist das? Schau mal, Scannerraum. Ich habe halt keine Sauerstoff mehr. Ich habe die Seemotte nicht mehr gefunden. Wo ist die? Das war knapp. Das war knapp. Mal wieder. Ja, mal wieder knapp. Ja. 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 Ich habe schon eine Schubkanone. Ich habe schon eine Schubkanone. Ich habe ihn noch nicht. Ich habe ihn noch nicht. Ich brauche zwei. Hey, da ist noch einer. Da war gerade noch einer. Ja. 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 Wie? Ich habe den schon. Ich habe den Bauplan schon. Ich habe den Bauplan schon. Da habe ich wohl nicht auf. Es sind überall noch versiegelt. Die Türen und alles. Das ist halt einfach so geil. Was war doch noch mal irgendwas gerade. Was? Ja, noch was. Ja, ist hier noch irgendwas zum Scannen. Was bist du? Nur eine Cargo-Box. Also ich bin erst mal zufrieden. Bin erst mal zufrieden. Mit dem Laserschneider. Ich gehe aber. Die Motte. Die Motte. Hier. Wir gehen aber jetzt noch mal zurück. Ja, wir gehen noch mal zurück. Ich. Nee, wir gehen nicht. Wir gehen jetzt zu Aurora. Ich will jetzt hier. Wie ist es in diese Richtung? Ich will jetzt hier zum Schiff. Ich will jetzt wissen, wo dieser Kapitäns-Dings ist. Und vielleicht komme ich da ja rein. Wenn nicht, dann können wir nämlich immer noch zurückfahren. Jo, hier sind wir. Was haben wir hier noch? Am Boden. Wo geht es einfach mal? Wollen wir hier irgendwas noch sehen? Der Zyklop fehlt auch noch. Der Zyklop fehlt auch noch. Da unten ist es ein Viecher, die mich angreifen. Da, dann ist es jetzt. Du? Was bist du? Dokument der mobilen Tatsache-Station. Ja, danke. Kann es sein, dass diese ganzen... ganzen Baupläne respawn? Ich glaube, das habe ich das letzte Mal schon gefragt. Denke, ich denke, ich denke... denke... denke, also bin ich. Ich brauche wahrscheinlich auch noch ein bisschen Quarz. Quarz... 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 rein mit mir... so... dann... dann... hier hin. Richtig? Wie halt Gas gibt das Ding? Aus dem haben wir nur 24 Energie. Muss ja aufpassen, weil... sonst ist hier bald Feierabend mit der Seemotte.